Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der erschreckt von nichts zurück. Ich glaube, er war unterwegs zu seinem Schloss. Und da hat er deine hübschen Beine gesehen. Nein, nein, er hat mich gehört, wie ich ein Volkslied gesungen habe. Oh, dann hat ihn eine hübsche Stimme betört. Ja. Und er hat dich gefragt, ob du Gesangsunterricht nehmen möchtest. Sind sie alle seine Freundinnen? Das ist ein Tier. Hast du den Graf zum ersten Mal getroffen? Nein, ich meine ja. Ja, das war das erste Mal. Beifahrer, wie sie jeder liebt. Ich sag's dir ja nur, dass ich nicht rüber fährst. Wenn du mal netterweise mal ruhig sein könntest. Das kostet mich aber überwinden. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Reicht's mir aber. Nicht alle Fahrer reagieren so resolut. Aber auch Liebesbeweise erzeugen nicht unbedingt den idealen Beifahrer. Ein nörgelnder Beifahrer stresst und ist dazu noch ein schlechtes Vorbild. Aber der Mitfahrer kann sich auch nützlich machen. Was hast du denn? Der gehört mir. Wer sich in einer ihm unbekannten Stadt nicht auskennt, sollte sich auf den Orientierungssinn seines Beifahrers verlassen können. Behält der Kartenleser den Überblick, ist das Ziel schnell und sicher erreicht. So, jetzt müssen wir hier vorne an der Hand und rechts. Hier, rechts und rechts. Ja, richtig. Besonders in verkehrsreichen Innenstädten reden viele Beifahrer wie ein Wassertag. Naja, nicht nur, dass wir nicht wissen wohin, sondern wir wissen auch nicht, ob wir zelten sollen, ob wir ins Hotel gehen, ob wir mit dem Flugzeug fliegen oder mit dem Zug oder mit dem Auto oder campen oder, ja, ist mein Zelt. Einen Augenblick bitte. Ich kann mich echt nicht konzentrieren. Auf einer langweiligen monotonen Fahrt auf der Autobahn gilt dagegen eine freundliche Unterhaltung, wach und verkürzt die Zeit. Aber es ist sehr schön, zwei Zimmer und als Student kann man es bezahlen. Ich jobbe ja auch nebenbei. Noch ein Gedicht. Viele Fahrer sind erhitzt, wenn mal die Frau am Steuer sitzt. Besonders schnell hat er es satt, wenn er was getrunken hat. Nichts macht sie ihm recht, alles ist für ihn gleich schlecht. Er weiß alles besser und wird nun immer kisser. Ganz vor Zorn entbrannt, zwingt er sie zum Rand. Nun hat er das Sagen, will gleich alles wagen. Doch Merkel, Übermut, tut selten gut. Hallo zu unseren Tipps für Gymnastikliebhaber. Wenn es das auch geben soll, sportlich edel ist es nicht. Aufmerksamkeit Musik mit g Stud